In diesem Video geht es um einige wesentliche Aspekte zum Thema Abseilverkauf. Mir ist wieder mal bewusst geworden, wie wichtig es ist, sich immer wieder in den Kunden hineinzuversetzen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, bis gleich nach dem Intro. Und genau das meine ich damit. Du kommst ja nur dann auf eine Abseilseite, wenn du vorher etwas gekauft hast. Was machen 90% aller Anbieter dort allerdings? Sie bewerben auf dieser sogenannten Abseil- oder Danke-Seite ganz massiv, ohne eleganten Übergang, ein zusätzliches Produkt. Nach dem Motto, Achtung, das hier solltest du unbedingt auch noch kaufen. Und damit machen sie einen riesengroßen Fehler. Warum? Dieses zusätzliche Angebot interessiert den Kunden in diesem Moment überhaupt nicht. Warum nicht? Er hat gerade schon etwas gekauft und da gehen ihm ganz andere Dinge durch den Kopf, als sofort nochmal irgendwas zu kaufen. Wahrscheinlich fragt er sich nämlich gerade, ob das, was er oder sie gerade gekauft hat, auch wirklich funktioniert. Und wie er oder sie möglichst schnell und unkompliziert an das Produkt kommt. Deshalb ist der Kunde in diesem Moment überhaupt nicht aufnahmefähig für ein neues Verkaufsangebot. Das ist so, als würdest du einem engen Freund, der gerade sein Auto zu Schrott gefahren hat, davon erzählen, wohin deine nächste Urlaubsreise geht. Das interessiert ihn in diesem Moment so wenig, wie wenn in China ein Sack Weiß umfällt. Alles, woran er gerade denkt, ist sein kaputtes Auto. Und so ist es auch bei deinen Kunden. Wenn die gerade etwas gekauft haben, denken sie nur an das Produkt, das sie gerade gekauft haben. Und ob das wohl auch alles so funktioniert, wie es versprochen wurde. Sie sind überhaupt nicht daran interessiert, sofort ein neues Angebot wahrzunehmen und vorgestellt zu bekommen. Ihnen schwimmen ganz andere Fragen im Kopf herum. Hat das auch alles richtig funktioniert? Wie komme ich jetzt an das Produkt? Hoffentlich habe ich die richtige Wahl getroffen. Eine ganz wichtige Frage. Was soll ich denn jetzt als nächstes tun? Und deshalb musst du diese Fragen auf deiner Abseilseite zuallererst beantworten und ansprechen. Solange dem Kunden diese Fragen nicht beantwortet sind, interessiert ihn dein Abseil überhaupt nicht. Ich starte auf meinen Abseilseiten immer mit einer kurzen Bestätigung. Entweder in Video oder per Schrift. Super, das hat prima funktioniert. Dein Videokurs ist schon zu dir unterwegs. In den nächsten zwei bis zwei Minuten bekommst du eine E-Mail mit deinen persönlichen Zugangsdaten, sodass du sofort loslegen kannst. Sollte sich trotzdem die eine oder andere Frage ergeben, kannst du mich unter der folgenden E-Mail kontaktieren und ich werde es schnellstmöglich antworten. Dann kommuniziere ich noch einmal die wesentlichsten Nutzen der Kunde durch den Kauf des Produktes gewinnt, um der sogenannten Kaufreue entgegenzuwirken. Und damit beruhige ich jetzt die vielen Fragen, die im Kopf meines Kunden herumschwirren. Und ich wiederhole noch einmal die Vorteile des Produktes, welches sie gerade gekauft haben. Das gibt den Kunden ein gutes Gefühl und damit sind sie jetzt auch bereit für die Werbebotschaft des Abseils. Natürlich sind Abseils eine hervorragende Möglichkeit, deinen Gewinn zu erhöhen. Gar keine Frage. Nutze deshalb diese Möglichkeit, aber gehe es richtig an. Wie siehst du das? Schreib deine Ideen und Impulse doch gerne in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann schenk mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du auch zukünftig weiterhin keines meiner Inhalte versäumst. Wir sehen uns im nächsten Video.